Musik Merkel hat es rausgelassen in einer internen Telefonkonferenz mit Ministerpräsidenten und weiteren CDU-Größen. Sie möchte, dass die Deutschen nicht mehr reisen. Explizit hat sie danach gefragt, könnte man nicht den Deutschen die Reisen verbieten? Und sie forderte außerdem, dass man Flugverbindungen so sehr ausdünnen müsse, dass niemand mehr irgendwo hinkommt. Das würde dann zwar, so Originalton Merkel, wie er zitiert worden ist in der Bild-Zeitung, die Lufthansa ärgern, aber deren Verluste seien ja unwichtig im Vergleich zu den Verlusten, die durch eine potenzielle dritte Corona-Welle entstünden oder aber durch die Spinnereien einer in der DDR sozialisierten Bundeskanzlerin. Man fragt sich wirklich, ob Honecker wieder auferstanden ist in ihrer Figur, denn das, was sie da gefordert hat, ist komplett gegen alles, was eigentlich die Bundesrepublik Deutschland und ihre Freiheitsliebe prägt. Wir, gerade das Land, das geteilt war, gerade das Land, in dem ganz viele Menschen lange Zeit nicht reisen konnten, das soll jetzt mit Reisebeschränkungen überzogen werden. Früher war es der Klassenfeind, jetzt ist es ein Virus. Wir sagen, so geht das überhaupt nicht. Wo ist denn die Eigenverantwortung des Bürgers? Von der spricht überhaupt keiner mehr. Ja, wer reist, der setzt sich einem gewissen Risiko aus, sich zu infizieren und sich damit auch entweder in einen stark gesundheitsgefährdenden Zustand zu versetzen oder vielleicht sogar an der Krankheit zu sterben, aber das muss sich schon noch jeder selbst aussuchen. Genauso, wie sich jeder selbst aussuchen können muss, ob er sich impfen lassen möchte und ob er sich der Gefahr aussetzt, dort eventuelle Komplikationen zu haben, die ebenfalls bis zum Tod führen können. Das Leben ist eine Gefahr. Wir alle sind ständig irgendwo in Gefahr und wir brauchen aber auch die Freiheit zu entscheiden, wie viel Gefahr für uns akzeptabel ist und wie viel nicht. Der eine geht bungee jumpen, der andere nicht. Diese Freiheit muss weiterhin da sein. Eine Angela Merkel kann sich nicht hinstellen und sagen, wir verbieten mal eben das Reisen, können wir nicht die Flugverbindungen so einschränken, dass man nirgendwo mehr hinkommt. Das ist reiner Zynismus angesichts der traurigen deutschen Geschichte und es ist wirklich sehr, sehr bedenklich, dass Angela Merkel, früher Sekretärin für Agitation und Propaganda bei der FDJ, nunmehr solche Gedanken als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland hegt. Diese Frau muss weg.